hallo ja mein kühn damit recht herzlich willkommen zum rosti-kanal und zum kleinen die horrorspielchen heute gemeinsam thomas the shank engine jeder kennt ja thomas die kleine lokomotive aus so vielen filmen cartoons nach fangames und heute mal ein kleines horrorspiel ist mir die juni die entwicklung macht vorab natürlich noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne die es ja gar nicht machen zu realisieren wäre vielen lieben dank dafür wir gehen wir kurz in die controls wer sehe move sprint pick up use escape ok play tape let's have fun looks like i feel asleep waiting es ist so im megageilen vhs found footage style es ist so crazy i love it wow great ihr wisst ja ich liebe ja grad diesen solche spiele so pixelige spielchen noch und dann noch mit vhs style so diese alten vhs kassetten ähm my battery is a very shitty ne oh god what 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 uh what 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 was that radio hey are you there i will oh hey are you there i need to pull that lever what 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 i should be right off the gate and you what the guns haven't been used a long time what what is that and that source briten so right of the gate what what was that right of the gate ich habe keine ahnung da ist das radio umgeschmissen ich weiß ich kann ich renne hier was ist das leber was ist das creepy loading all right what's crazy oh my gosh dead wonderful rennen 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 oh my god er entkommen kann ich ja nicht ich könnte hier am eng bleiben ja dann bin ich ja genauso tot wenn ich jetzt los renne oh jesus christ Wuuuuuhhhh Gg What the hell Leute, das sind ja so viele Zwischengänge Batsch This is great This is so great This is so great Und ich bin so schlecht man muss gleich los rennen oh ja, verkackt hier what the fool door closed? what? what the cheese cries cheese cries BIS DEBOT BIS DEBOT Jesus Christ wir können halt nicht so lange rennen BIS DEBOT 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 man weiß halt nie von wo er kommt ne? das ist ja das, das, das Unfaire man weiß nie von wo er kommt so ist so abgedreht genial oder dieser grafikstil macht so viel spaß das könnt ihr euch gar nicht vorstellen aber wahnsinnig schwer wahnsinnig schwer vor allem weil man auch nicht so lange rennen können das war ja wohl nichts aber ich habe jetzt die idee wenn er wenigstens immer das gleiche schema hier verwenden würde dann wäre das besser gewesen so so ein hirn oder so ein simpel das ist nicht fair holy moly gleich mal hinterher rushen so so wow wir leben noch wir leben noch still alive still alive still alive still alive still alive door closed Ich muss immer gucken von wo er kommt. Er kommt von da. Wo kommt er jetzt? Jesus. Das ist so crazy. Thomas. Jesus. Keine Chance. Du hast echt 0-0 Chance. Aber wirklich cooles Spiel. Wie ist Cape gedrückt? Ich hole dich doch gerade. Ja Freunde. Du 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 du. Das war aber hier. Thomas. Das ist das Schank. Engine. Cooles Spiel. Aber halt wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Ja gerade weil man ja nur ganz kurz rennen kann. Und er kommt halt immer da wo man eigentlich nicht kommen sollte. Aber wirklich nice ist nice umgesetzt. Und gerade dieser VHS Teil. Der macht doch hier. Der bringt diese gewisse etwas rein in dieses Spiel. Ladet euch selber runter. Habt selber Spaß dran. Und versucht euer Bestes. Ich habe es nicht geschafft. Warum auch immer. Aber vielleicht liegt es an mir. Ich weiß es nicht. Wir bedanken uns der Firma. Ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde uns freuen wenn ihr euch einschalten würdet. Auf unserem Rosti Kanal. Bitte bewerben euch das Video. Schreibt es dir die Kommentare. Aktuell die Glocke. Und bei dem Kanal. Aber am Köpfchen drücken. Press den Einen Button. To subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Schützt euch bitte. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Eure Rosti. Thank you and goodbye. Stay healthy my friends. See you next on this channel. Bye bye.